Was für Jobs sehen wir in der nächsten Woche? Außerdem gehen wir darauf ein, ja was könnten wir denn dort theoretisch sehen. Und wir schauen uns auf jeden Fall an, was ist mit Wire los, denn dort gibt es auf jeden Fall auch ein Update. Und wir gehen auf einen sehr interessanten Artikel bzw. auf ein sehr interessantes Zitat vom aktuellen Disney CEO ein. Das und mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du auf jeden Fall da draußen nicht verpassen solltest. Und ja, die ein oder anderen News sind schon etwas älter, es hat sich nur einfach nicht gelohnt, jetzt für eine News, die auch nicht so wichtig ist, hier ein ganzes Video zu machen. Deswegen kommt das Ganze jetzt gebündelt zum Sonntag, zum Wochenende und ich hoffe aber trotzdem, dass es dir gefällt. Wenn ja, das auf jeden Fall sehr gerne ein Like da und ansonsten würde ich sagen, let's go up ins Video. Ja und starten wir erstmal doch mit der Frage rein, was könnten wir nächste Woche alles an NFTs sehen. Und ja, das hat uns Alex an dieser Stelle schon ziemlich gut beantwortet. Ich meine, wir haben zwei Comics nächste Woche, die sind ziemlich gut und dann haben wir einen Disney. Oh, toll, okay. Ja, ihr habt es gehört. Wir sehen auf jeden Fall noch einen Disney-Job und ja, was könnte das für ein Disney-Job sein? Das ist eine gute Frage. Es könnte hier auf jeden Fall einen möglichen Hinweis geben, denn Alex hat an dieser Stelle nämlich hier unter anderem auch etwas retweetet. Und zwar nämlich Oswald, den es hier als Collectible bzw. als Plüschtier gibt zum 100-jährigen Jubiläum von Disney. Und das wäre natürlich hier an dieser Stelle ein Hinweis darauf, dass wir eventuell Oswald in der nächsten Woche sehen könnten. Mich persönlich würde es sehr freuen, wer Oswald nicht kennt. Oswald ist mit einer der ältesten Charaktere aus dem Disney-Universum und dementsprechend natürlich höchst interessant hier für jeden, der auf jeden Fall ein großer Disney-Liebhaber ist. Jetzt springen wir ansonsten ganz kurz einmal auf das nächste 1 zu 1 Artwork und das ist nämlich an dieser Stelle wieder von Huberto Ramos. Und das Ganze ist Spider-Man 1 an dieser Stelle hier, wieder an dieser Stelle mit Miles Morales. Das wird wahrscheinlich wieder ein sehr, sehr teures Artwork werden. Ich gehe mal davon aus, 20.000 wird das Ganze hier an dieser Stelle vielleicht sogar erreichen können. Und ansonsten, wie schon im Intro erwähnt, gibt es ein Update zu Wire. Naja, wie man das jetzt nehmen kann, ist euch überlassen, aber Vivi sieht das Ganze auf jeden Fall erstmal relativ neutral. Kommen wir doch erstmal zu sprechen darauf, was ist denn jetzt überhaupt los. Und zwar haben sie nämlich einen Tweet gemacht, wo sie angekündigt haben, dass sie irgendwie jemanden gefunden haben, der ihr Projekt bzw. ihr Unternehmen weiterhin finanziert und sie dabei im Prinzip unterstützt. Beziehungsweise sie erwähnen hier ein strategischer Partner. Das heißt, das Ganze wird hier an dieser Stelle nicht runtergefahren mit dem Business, sondern das Ganze bleibt auf jeden Fall bestehen bei Wire und dementsprechend könnte Vivi theoretisch Wire auch weiterhin nutzen. Ob das Vivi dann wirklich macht, ist nämlich die andere Frage, denn sie schreiben hier auch, wie man schon lesen kann. Ich übersetze das Ganze einmal für euch. Wir werden die Fähigkeit von Wire prüfen, alle Dienste und den Support wieder aufzunehmen, bevor wir die Auszahlung erneut aktivieren bzw. sie überlegen hier überhaupt, ob sie Wire weiterhin behalten wollen oder ob sie den Anbieter wechseln. Ja, wenn sie den Anbieter wechseln sollten, dann könnte es sich hier auf jeden Fall nochmal um einige Wochen handeln, bis das Ganze dann wirklich fertig ist bzw. wieder das Payout funktionieren sollte. Aber wenn das Ganze auf jeden Fall hier bei Wire bleiben sollte oder sie sagen, sie nehmen verschiedene Anbieter mit ins Payout-Programm rein, dann könnte es theoretisch vielleicht schon in ein, zwei Wochen wieder verfügbar sein. Aber das ist natürlich etwas, was wir an dieser Stelle nicht beeinflussen können. Ich werde dich aber selbstverständlich hier auf dem Channel auf dem Laufenden halten, falls es zum Thema Payout irgendwelche News gibt. Ansonsten kommen wir auf einen sehr interessanten Artikel zu sprechen und zwar geht der nämlich über Bob Iger. Wahrscheinlich würde der Name den wenigsten Leuten etwas sagen, aber es ist tatsächlich der CEO von Disney. Ihr seht, das war jetzt hier. Oben steht Ex-Disney, CEO Bob Iger sagt NFT-Explosion voraus. Das Ganze ist aber tatsächlich hier vom 1. Februar 2022. Ich finde den Artikel doch aber nochmal ziemlich interessant und habe den heute tatsächlich das erste Mal auch durchgelesen und habe da ein sehr interessantes Zitat rausgelesen. Und wie gesagt, er ist jetzt wieder CEO seit in etwa Mitte des Jahres und dementsprechend hat diese Aussage definitiv auch Relevanz für uns. Schauen wir uns das ganze Zitat mal an. Und er sagt hier gegenüber den New York Times, Zitat, wir vergessen in unserer Generation, dass die Dinge nicht physisch sein müssen. Zitat Ende sagt er, Zitat Anfang, sie können digital sein, haben für die Menschen eine Bedeutung und in einer Blockchain wesentlich untermauert werden kann, werden sie meiner Meinung nach eine Explosion von Dingen sehen, die in NFTs erstellt, gehandelt und gesammelt werden. Natürlich ist hier mehr oder weniger offensichtlich, dass natürlich dadurch, dass Vivi die einzigen Disney bzw. Marvel NFTs zum jetzigen Zeitpunkt hat, natürlich Vivi mehr oder weniger indirekt hier an dieser Stelle mit gemeint ist. Dementsprechend ist das meiner Meinung nach eine extrem bullische Aussage, wenn das hier vom CEO von Disney kommt. Denn ja, wenn der CEO dahinter steht, dann wird das Ganze natürlich auch gefördert. Und er hat meiner Meinung nach hier auf jeden Fall mit dieser Aussage komplett recht. Schauen wir uns nochmal den Kryptomarkt an und der sieht nämlich ziemlich rosig aus. Wie ihr seht, insgesamt hier bei Bitcoin momentan 22%, bei Ethereum momentan 21,4%. Und ja, das sieht insgesamt sehr, sehr gut aus, muss man ganz klar sagen. Aber ist das Ganze wirklich nachhaltig und werden wir vielleicht noch höher gehen? Weil es natürlich hier auf diesem Channel um OMI geht, schauen wir uns an dieser Stelle natürlich den OMI-Kurs genauer an. Und ja, wie man hier ganz klar sieht, wir hatten hier eine Resistance und dort wurden wir ganz klar abgelehnt. Das heißt, der Preis war anscheinend noch nicht bereit, hier auf jeden Fall weiter höher zu gehen. Und wir sehen danach auch direkt eine Reaktion von in etwa 9% direkt nach unten, was ein sehr eindeutiges Zeichen ist, dass auf jeden Fall der Markt hier an dieser Stelle noch nicht so weit ist. Und wir vielleicht nochmal tiefere Preise sehen könnten, jedenfalls beim OMI-Token. Was den Bitcoin angeht, könnte es auf jeden Fall weiter nach oben gehen. Das hängt einfach davon ab, ob wir in den nächsten Stunden bzw. ob wir in den nächsten Tagen nochmal einen nachhaltigen Pump sehen. Der uns auf jeden Fall nochmal hier etwas weiter höher katapultiert und damit auf jeden Fall hier dem Markt signalisiert, dass wir eventuell sogar hier einen neuen Bullrun haben. Das ist aber natürlich hier an dieser Stelle wirklich nur eine Vermutung meinerseits. Das Ganze soll euch jetzt nicht in die Fumo treiben und am Ende ist das Ganze eine Bulltrap. Für die Leute, die nicht wissen, was eine Bulltrap ist, da steigt der Kurs einfach nochmal kurz bevor er dann nochmal ein neues Allzeit-Low macht. Und dementsprechend natürlich viele Leute dann nochmal ins Minus holen, obwohl sie viel weiter unten hätten einsteigen können. Für die Leute, die sich jetzt fragen, ja was machst du hier jetzt gerade Cap hier in dieser ganzen Situation. Ich persönlich bleibe entspannt und kaufe hier weiterhin DCA-mäßig nach. Und ich denke, das ist auf jeden Fall der beste Weg an dieser Stelle, um hier wirklich nicht irgendwie das High oder das Low an dieser Stelle zu verpassen. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem ganzen Video. Wenn dir da draußen das ganze Video gefallen hat, gib mir das Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen. Und ich wünsche auf jeden Fall einen super Wochenstart, dann ab morgen. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.